So, es ist im Spiel zwar schon abends, aber ich denke, es ist nicht falsch, wenn wir dem Hund jetzt noch Gib links, Weibling, so heißt das Ding hier, hat dein Hund Sitz gemeistert, kann er nun lernen, dir die linke Pfote zu geben. Bringe deinem Hund zuerst zum Sitzen, greife dann die linke Pfote deines Hundes, Halte die Pfote, bis die Hand zum, äh, zu dem da wird, führe die Pfote nach oben und lass sie dann los. Das war's, dein Hund gibt dir dann die linke Pfote. Hat dein Hund diesen Trick erst einmal gelernt, kann er ihn auch jeder beliebigen Position ausführen. Hinweis, dein Hund kann bis zu drei Tricks am Tag lernen. Oha, am Tag! Versuche ihm noch weitere Tricks beizubringen. So, erstmal Foto machen. Johnny, Johnny, kommst du her, Johnny, 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 willst du hören? Braves Hühnchen. So, jetzt mach Sitz, 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 Johnny, brav. So, Sitz, sag dich, Sitz, sitzen bleiben, Sitz, Sitz, Johnny, Sitz, 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 Sitz. So, jetzt die linke Pfote, Sitz, 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 sitzen bleiben, Sitz, Gepfelchen. Und hoch hier, Gipfültchen, hoch, Gipfültchen, na, hat er nicht verstanden, hoch damit, Gipfültchen, hoch, hoch damit, Gipfültchen, Gipfültchen, Gipfültchen. Komm, das muss er noch lernen, Sitz, Johnny, Sitz, nicht aufstehen, Johnny, Sitz, ach, Sitz, sitz johnny sitz ja ich will dich von anderen sind johnny johnny sitz mach sitz so pfötchen die pfötchen pfötchen links pfötchen 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 pföt hier her damit pfötchen 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 johnny hat einen neuen trick erlernt schreibt den befehl am besten auf damit du ihn nicht vergisst auch nicht nötig johnny hat 14 an der hand nein 14 johnny 14 sitz 14 gib 14 auch süß johnny gib 14 brav 14 14 johnny 14 14 perfekt und immer zu uns johnny johnny kommt zu mir johnny 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 alles mit sprachsteuerung jetzt sitzt sitzt johnny und gib pfötchen 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 brav ist kein süß pfötchen pfötchen das hat er gelernt das kann er jetzt das kann er jetzt nicht futzig und ich bin pfötziger ein kleines pfötchen Pfötchen nein 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 Johnny wie kommenest kann es nein 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 gehen in ein körper johnny johnny johnnyint auf dem sofa es ist wie menschen is körbchen Divoin Nassim Jochen